Mit unserem Fritz WLAN Repeater lässt sich die Reichweite jedes WLAN-Netzes schnell und einfach erhöhen. Stecken Sie den WLAN Repeater in eine freie Steckdose ein. Warten Sie ca. 30 Sekunden und verbinden Sie sich mit dem WLAN des Repeaters. Der Netzwerkschlüssel ist 8x die 0. Öffnen Sie Ihren Browser und geben in die Adressleiste fritz.repeater ein. Vergeben Sie als erstes ein Kennwort für den Repeater. Klicken Sie auf Anmelden, um fortzufahren. Nun wird der Einrichtungsassistent gestartet. Klicken Sie auf Weiter. Anschließend betreten Sie eine Seite, auf der automatisch nach bestehenden WLAN-Netzen gesucht wird. Wählen Sie nun das zu verstärkende WLAN-Netz aus. Geben Sie nun den Sicherheitsschlüssel des zu verstärkenden WLANs ein. Klicken Sie zuletzt auf Fertigstellen, um den Vorgang abzuschließen. Nach ca. 30 Sekunden können Sie dann Ihre neuen Geräte anmelden. Ihr WLAN-Netz wurde somit erweitert. Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß mit Ihrem neuen AVM Fritz WLAN Repeater. Ihr Team von Pollen Elektronik.